so hallo leute ja ich bin gerade in siebte prestige gegangen gerade in diesem wochen ich habe die 1,2 akad hinbekommen sehe ich gerade so und ich würde es gleich mal snipen mit der normalklasse weil ja nun so alles noch gespartes ich hoffe der tonkel ist gut weil ja am meisten sagen die im moment meine soundqualität ist nicht gerade die beste aber ja ist es ja auch nicht aber wenn ich das mikro ganz bestimmt still dann ist die soundqualität eigentlich noch annehmbar ich hoffe mal das passt jetzt so so was nehme ich denn jetzt mal die m-27 so warum weiß in der welt so jetzt muss ich weiß nicht habe ich jetzt die frames naja die frames passen wieder gut da hatte ich nämlich ein bisschen zu wenig ms war doch gerade irgendwas, da war doch gerade jemand Alter verpeilt hier oder wie ich bin gerade so schlecht ne ich wollte jetzt gerade sniperen, aber da ich die Sniper-Klasse noch nicht vergeschaltet habe geht das gerade noch nicht nach dieser Runde müsste es aber eigentlich gehen normalerweise zu Mist Alter, sehr normal, so schlecht war ja auch schon lange, nehmach so schnell geht es leider leider nicht, ich bin jetzt gerade immer noch L1 aber ich glaube ich hätte nicht schlecht spiel kann man schon nicht durchschießen ich habe ja diese Abschussserien wieder dabei, die anderen da was habe ich eigentlich als Tekno auf wen geht natürlich so haben wir halt diese Scheiß-Klasse hier spielen mal diese Nuke-Klasse da machen wir kurz mal einen Moment also selber töten so Alter, Zielsuche für irgendeinen komischen Auftrag muss man der Zielsuche mitnehmen mitnehmen wegen irgendeinem irgendeinem komischen Abzeichen Alter, bin ich auch noch schlecht mit diesem Zielsuche oder wie? Boah ich kann sogar irgendjemandem Schaden nehmen ich kann sogar irgendjemandem Schaden nehmen Ja Boah ich komme jetzt in Scheiß-Klassen aber nicht klar komm ich, ich, ich nehme, ich nehme mir das an jetzt das geht einfach Ah nein ich habe Boah naja komm, wenigstens habe ich wieder das wieder die andere Klasse mein, dann ist ja Friedenstifter Friedenstifter, hier Leergeschossen ist ja nicht die Aufsätze, die ich ganz gern hatte irgendwie so Schalldämpfe und schnell nachladen oder so aber, naja wenigstens ein Friedenstifter warum nicht kacke ich jetzt wenn ich ganz so arg habe erst mal so richtig nübisch rumsprayende Laser oder was Leergeschossen Machen wir mal so einen auf einen auf Fallen, Nubi No-scope rumsprayende mit dem Laserpoint WTF, was ist jetzt los? WTF? Was zur Hölle? Wurde ich jetzt gerade gebannt? Das ist jetzt gerade in Ernst? Wetten Wozu ich glaube das System ist zu stark Bastard ich glaube, dieses System ist zu stark Krank Schwierigkeiten da Was sind das für ein Anti-Cheat-Zeugs hier? Ich habe mich ja schon gefreut, dass es da so ein tolles Anti-Cheat gibt, dass es hier eigentlich mal nicht so viele Hacker gibt, oder so gut wie gar keinen Hacker gibt wie in MB3, da gibt es ja was, nur Hacker. Aber dass man hier gebannt wird, ohne dass man überhaupt irgendwas macht. Alter. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Was macht man denn, weiß ich, in so einem Fall? Kann man da irgendwo irgendwas anschreiben oder so? Ich glaube, man wird einfach überhaupt nicht gespart. Äh, man wird überhaupt nicht mehr entspart, oder? Das ist jetzt natürlich ein bisschen behindert, ne? Was soll denn das? Boah, alter, wird man hier gesperrt? Boah, alter, ist doch behindert. Naja, komm. Ja, das war's dann für das Video hier. Ich schau mal, ob ich da irgendwas, ob man da irgendwas machen kann, aber, naja, ich glaube eher weniger. Naja. Tschüss. Danke für's dann schon.